Ja, wunderschönen guten Morgen. Diese Frischluft an Weta. Langsam ist der Erz gekommen. Auf heute kleinen Touren. Ein wunderschönen guten Morgen vom Commander auf den Touren. Ich fahre heute mal ein bisschen zur Jahrhunderthalle, um zu schauen. Aber es ist merklich frisch geworden. Im Gegensatz zu zwei Wochen, wo ich teilweise ein T-Shirt gefahren bin. Das geht jetzt gar nichts mehr. Bis später mal. 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 Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.